Musik Wir sind jetzt hier im Wolfram Blitz Studio. Ich habe Andrea hier neben mir. Sie hat die ganze Sache organisiert. Ein Fototreff, ich glaube, wie lange ist das schon? Ich habe das 2013 vom Manni übernommen. Und ich weiß nicht, wie lange es da vorher existiert hat. Keine Ahnung. Wie viele Leute waren das? Das ist unterschiedlich. Wir haben schon ein Treffen gehabt, da waren wir mit 5, 6 Mann. Wir haben aber auch schon mal Treffen gehabt. Das kommt auch thematisch drauf an. Da waren wir 50, 60. Also das ist völlig unterschiedlich. Und wir sind jetzt hier im neuen Studio. Und ja, die Neugier der Leute ist natürlich auch da. Und dementsprechend haben wir natürlich auch mehr Interesse gehabt und wollten unbedingt kommen. Ich wollte aber aufgrund der Größe hier ein bisschen limitieren. Deswegen sind wir jetzt so 25, 26 Leute. Wir sind im Ruhrgebiet. Im Pott. Wir sind im Pott, genau. Im Pott. Es gibt tausende Fotografen hier. Es gibt tausende Gruppen. Deine ist eine ganz besondere, denke ich mir. Oder eine von 100.000, da hast du Kontakt zu den anderen. Wie sieht es da aus? Gibt es viele überhaupt? Es gibt schon einige Gruppen, ja. Ich versuche natürlich, so gut es eben geht, auch mal die anderen zu besuchen. Gelingt mir einfach nicht immer. Weil es ist zu viel. Und dementsprechend versuche ich, die Gruppe am Laufen zu halten oder ans Laufen zu kriegen. Für mich ist wichtig, was uns so ausmacht, wir treffen uns nicht zum Fotoshooting hier. Das heißt also, ursprünglich habe ich die Gruppe übernommen, sagte ich ja gerade. Und da war von vornherein klar, es wird keine Kamera auf den Tisch gelegt und es wird nicht miteinander verglichen. Sondern wir netzwerken miteinander. Jeder kann Bilder mitbringen, jeder kann Alben mitbringen. Wir machen eine Diashow, es können immer Bilder auf dem USB-Stick mitgebracht werden. Und für mich ist das Netzwerken das Hauptaugenmerk, was wir hier haben. Bei den ganzen Fotografen gab es dann halt schon viele, die dann gesagt haben, Netzwerken, ach nee, ich will lieber fotografieren. Die waren dann einmal da und dann wieder. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Grundsätzlich ist es halt einfach auch so, wir wollen keinen. Ich sage jetzt mal Kegel-Club mit Anwesenheitspflicht sein. Sondern der, der Zeit hat, kommt. Der, der keine Zeit hat, ja gut, okay, dann ist das halt so. Und dementsprechend wechselt es. Wir haben auch wieder zwei, drei neue Gesichter hier. Und wir haben einige alte Gesichter, alte Gesichter hier. Ja, alt ist früher. Der alte Durchschnitt ist auch schon ziemlich hoch. Ja, kann man sagen. Aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass wir schon auch ein paar Jährchen Erfahrung haben allesamt. Und ja. Warum machst du das überhaupt? Was bringt dir das, so eine Horde zusammenzuhalten? Netzwerken. Netzwerken. Auch für dich. Schlicht Netzwerken, auch für mich. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Mich macht stolz und zufrieden, wenn ich auch Leute zusammenbringen kann. Kleines Beispiel. Ich war letzte Tage bei einem anderen Fotografen zu einem Workshop. Der hatte da einen riesen Drucker stehen, der bis auf irgendwie A0 drucken kann. Und ich so, oh, was ein Teil. Und er so, willst du haben, kannst du haben. Also ich habe ihn gesehen. Ja. Ich habe ihn gesehen. Er wollte ihn weghaben. Und dann ist mir das eingefallen. Ich habe da jemanden. Das ist so ein junges Startup. Ja. Und die sind da mega glücklich. Ich bringe Leute gerne zusammen. Wenn ich sehe, ah, guck mal, der braucht das und der hat das. Und dann die Leute halt zusammenzubringen. Was schätzt du, wie viele Fotografen gibt es so im Ruhrgebiet, die so interessant, ein interessanter Interesse haben hieran und die einfach so ein Netzwerk haben wollen und auch benutzen? Wie viele kennst du? Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich besuche ja auch zwei, drei, vier verschiedene andere Gruppen. Und jede Gruppe ist anders. Und in jeder Gruppe sind andere Menschen. Und es sind so, so, so viele. Und gerade hier das Ruhrgebiet ist so krass voll mit Fotografen, Fotografinnen. Ich bin zum Beispiel auch in einer Gruppe nur mit Fotografinnen. Ganz anders als sonst mit den Männern hier? Völlig. Ja, völlig. Also Mädels untereinander sind schon anders als auch Männer oder als so eine gemischte Gruppe. Klar, kann man nicht anders sagen. Aber jede Gruppe für sich ist klasse. Alles gut. Ja, war ein kurzer Abriss. Nur um ein bisschen uns kennenzulernen oder auch zu zeigen, was es hier eigentlich im Ruhrgebiet alles gibt. Von den Schwerpunkten der Fotografie her, du kennst das besser sogar als ich, weil ich mehr auf der People-Seite bin. Was wird am meisten im Ruhrgebiet fotografiert? Sind es die alten Gebäude, ist es der Bergarbeiter oder ist es die alten Zechen oder sind es moderne Gebäude? Was machen die Leute, wenn es so viele gibt? Ich bin natürlich, weil ich auch in der People-Fotografie bin, sehr in dieser Schiene behaftet. Dementsprechend folge ich auch vielen People-Fotografen. Was ich aber auch feststelle, ist, dass immer mehr die alten Gebäude, die Zechen, die alten Stahlwerke usw. interessant sind. Ganz, ganz viele Sachen, die eben auch mit Lichtkunst beleuchtet sind, wo dann auch was gemacht wird. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die auch Lightpainting machen, die an solchen Gebäuden, Geländen auch Fotos machen. Also wirklich ziemlich querbeet. Also ich würde es wirklich so sagen, People und auch wirklich, ja, Gebäude, alte Gebäude, alte, also Struktur. Also wenn jemand von weit weg hierher kommen sollte, würde ich halt sagen, alte Gebäude, Licht und in der Nacht. Ich würde wirklich eine Tour machen. Ich würde, weiß ich nicht, ein paar Zechen abfahren. Ich würde Labadou zum Beispiel abfahren. Ich würde ein paar Landmarken abfahren, weil gerade die Halden mit den verschiedenen Skulpturen drauf sind super interessant. Ja, ich denke, allzu viel Zeit haben wir nicht. Wir haben es schon viel. Ich hoffe, es haben nicht tausend Leute schon abgeschaltet. Merke ich sowieso nicht, wenn die abgeschaltet haben, wissen die gar nicht, was die verpasst haben. Nee, bleibt dran. Also ich danke euch erstmal, dass ihr zugehört habt. Ich danke dir, dass du mir so einen kleinen Einblick gegeben hast. Sehr gerne. Und ich denke mir, wenn ihr Interesse habt, mal Andrea kennenzulernen oder das Netzwerk aufzubauen, Andrea irgendwo, wo findet man dich? Sowohl in Facebook als auch in Instagram unter dem Begriff PICAS, P-I-C-A-S. Und ja. Also ich mache noch den Link unten drunter, damit ihr sie findet. Ja, das war's erstmal. Danke.